ARD Text im Auftrag von Funk ...debatten und Diskussionen mit unseren islamischen Mitbrüdern in Konstantinopel in der Voraussicht in die EU aufgenommen zu werden, also sprich in die... Nein! In die Einigkeit der Uweaner, kurz EU, haben wir das Recht, ihr Land zu passieren. Leider mussten wir feststellen, dass leichte, bürgerkriegsähnliche Zustände etwas weiter hinten dazu geführt haben, dass wir nicht ungeschoren durchkommen. Jedoch sind wir im Besitz des heiligen Korra. Engelhorn nach Ikenland! Hau! Welch uns erlaubt, ungeschoren, die Wege zu passieren, sollte dies nicht der Fall sein, werden wir sie mit Kneckenbrot bombardieren ... ... und sie werden mit selten hätten Früchten. Das weiß ich nicht. Du kannst nicht alle fressen. Der frisst wieder alles. Der hauft sie mal auf die Schnauze. Er wurde da nicht geschwätzt. So, was wollte ich sagen? Genau. Ihr habt nunmehr ein Jahr die Chance gehabt, das heilige Land unbescholten zu verlassen. Es wurde uns mitgeteilt, dass wir das heilige Land unbescholten zu verlassen. Dass sich noch einige Nichtgläubige dort aufhalten. Ja, mein Pechkind. Wir haben jetzt noch drei Wochen Urlaub. Wir werden versuchen, in diesen drei Wochen vorzudringen bis an die Mauern der heiligen Stadt. Sie einzudringen. Unsere Bahne zu hüssen. Und... Was machen wir eigentlich, wenn wir den Scheißhauf einnehmen? Postkarten nach Hause schreiben. Und wir werden Postkarten nach Hause schreiben! Das ist das für die, wenn wir das nicht schreiben. Das ist das für die Karte. Das ist das für die Karte. Was machen wir? Was machen wir? Schreiben wir in der Karte? Oh Herr, womit hab ich das verdient? Mit einem. Nun denn! Nun denn. Nicht lesen, nicht schreiben. Macht nix, mir kassieret einfach Wegezoll. Wir werden jetzt noch kurz unsere Spenden-Nummer abgeben. Oh, ja, 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 ja. Hat die jemand? Nein, 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 nein. Ihr könnt doch nicht schweigen. Versucht doch nicht. Okay, okay. Nee, ich hab's, ich hab's. Wir werden nachher noch kurz mit einem Helmlein durch die Reihen schreiten, um Spenden einzusammeln. Wer nicht spenden will, wird überzeugt. Au! Wir nehmen auch Organspenden. Vai! P ними ja. Der ist ja patch! Wir sehen uns der sprint Common. V hearten für die Britte. Wrobell' Wir stehen alle Zuhörisch. F'dem du mit dem Kind. Nein, du hast du mit dabei. Den Punkt ist ja für dich. Wenn uns sagen wir drauf haben. Nein, du hast du mit dabei. Es knack, du hast du mit dabei. W threaten wir das. Oh, wirklich nein, du hast du mit dabei. Zonkenoi! Amphanam! Untertitelung des ZDF, 2020